Dass das kein echter Euroschein ist, kann wohl jeder erkennen. Professionell gefälschte Scheine dagegen sehen oft täuschend echte aus. Doch wie erkenne ich eigentlich Fälschungen? Das Geldmuseum hat die Antwort. In den Eurobanknoten stecken mehr Geheimnisse, als man denkt. Viele sichtbare und unsichtbare Sicherheitsmerkmale sind in sie eingearbeitet, um Fälschern das Handwerk zu erschweren. Die hochentwickelten Sicherheitsmerkmale der Eurobanknoten sind auf dem neuesten Stand der Banknotentechnologie. Viele dieser Merkmale kann man selber leicht prüfen. Durch fühlen, kippen und genaues Ansehen. Zur Überprüfung eines weiteren Merkmals braucht man allerdings ein Hilfsmittel. Unter UV-Licht leuchten Teile der Banknote. Das Banknotenpapier selbst leuchtet nicht und bleibt dunkel, aber zufällig eingestreute Fasern fluoreszieren in Rot, Grün und Blau. Außerdem leuchten verschiedene Elemente, wie die Sterne und das Hauptmotiv der Banknoten auf der Vorderseite. Noch viele weitere Informationen über die Eurobanknoten lassen sich im Geldmuseum entdecken. Wer will, kann hier sogar seine eigenen Geldscheine auf Echtheit überprüfen. Mehr Informationen gibt es unter geldmuseum.de zur Verfügung Member zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.